Habe ich gehört, dass es hat diese interessante Arbeit in St. Gallen, in der Schweiz, im Kantonsspital, in einem Labor. Ich als Amerikaner musste zuerst suchen auf der Karte, wo ist St. Gallen. Habe ich dann auch gehört, es ist sehr schwierig für Ausländer, das ist ein Haufen Papierkrieg, um eine Aufenthaltsbewilligung zu bekommen für Ausländer, Arbeitsbewilligung und so weiter. Wie ist das denn möglich? Und die Antwort war, ja, es ist so, wir haben diese Stelle in alle Zeitungen inseriert in der Schweiz. Es hat sich niemand gemeldet, weil für die meisten Schweizer und besonders Naturwissenschaftler, die Schweiz hört auf in Winterthur. Und deshalb konnten sie einen Amerikaner anstellen in St. Gallen. Freundlichkeit in dem Alltag auf der Straße ist ein großes Plus, das die Amerikaner haben. Die Menschen, die sind bereit, mit jeder einmal einen kurzen Schwätz zu machen. Die sind sehr hilfsbereit und offen. Mehr als die Schweizer. Die Schweizer sind schon ein bisschen mehr geschlossen. Ich versuche das auch zu zeigen hier in der Schweiz, wenn ich immer die Möglichkeit habe, mit jemandem kurz ein paar Wörter zu wechseln. Ich finde, das ist gut. Im Bus oder auf der Straße oder in einem Geschäft irgendwo. Also nur ein Lächeln und ein paar freundliche Wörter zum Wechseln. Natürlich, ich habe es auch einfacher, weil ich kann mit meinem Akzent, werde ich immer zuerst gefragt, Ja, bist du Holländer? Und dann sage ich natürlich nicht und dann geht es weiter. Und dann können wir immer ein paar Wörter wechseln. Heimat ist an und für sich für mich der Ort, wo ich bin. Ich wohne jetzt seit zehn Jahren wieder hier in St. Gallen. Ich habe St. Gallen sehr gern. Ich habe die Ostschweiz sehr gern. Ich fühle mich wohl. Ich kenne Leute. Ich kenne die Sitten. Und deshalb ist das für mich Heimat. Seit langer, langer, langer Zeit ist Amerika nicht mehr eine Heimat für mich. Meine Heimat ist meine Frau, wo ich jetzt wohne, was ich jetzt mache. Und die Leute, die ich jeden Tag neu kennenlerne. Ich sage allen Flüchtlingen, die ich kenne oder betreue, dass sie 150 Prozent arbeiten müssen, an der Sprache lernen. Vieles anderes hängt davon ab und sie bekommen viel anderes über, wenn sie denn wirklich die Sprache kann. Weil so über die Sprache lernen wir einander kennen grundsätzlich. Mit den Leuten aus den anderen Ländern, ich finde, dass wir können sehr viel lernen. Aber die anderen Schweizer müssen auch offen sein und sich bemühen und nicht so ängstlich sein. Politisch oder gesellschaftlich oder so, dass wir gegen eine öffene Gesellschaft arbeiten, dass wir die neuen Zuzügler, das spricht Flüchtlinge aus, offener sind und versuchen, mehr zu machen, zu helfen, zu unterstützen. Weil sie haben zu 99 Prozent einen extrem schwierigen Hintergrund. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020